Beziehungsweise raus. Gumi? Okay, hier ist abgeschlossen. Dann brauche ich dafür einen Schlüssel. Das ist doch hier, wo... Madame, ich bin eventuell ein Zombie und eventuell auch deine Freundin hergelaufen ist, oder? Das ist einfach nur der Wind. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden soll, dass ich jetzt hier... Okay. Dass ich jetzt hier draußen bin, irgendwie gefällt mir das Haus dann doch ganz gut von innen. Oh, mein Jungen. Wollen wir mal ein bisschen Muni machen? Safe Room! Okay, das ist mein nächster Safe Room. Das ist schon mal gut zu wissen. Steroide. Erhöhen dauerhaft... Was? Erhöhen... Und was ist das? Stabilizer. Fünf und drei. Sind das die antiken Münzen, die ich gesammelt habe? Sind das die antiken Münzen und brauche ich die tatsächlich jetzt dafür? Das wäre ja... Das wäre ja ultra nice. Ich habe nämlich fünf Stück. Alle rüber. Da ist noch eine Munition. Defekte Pistole. Was soll ich denn da mit einer defekten Pistole? Ich speichere erst mal. Bin ja jetzt draußen im Wohnwagen. Wäre schon ein gutes Stück weitergekommen, würde ich sagen. Gut. Funktion nuckelt nicht so gut. Obwohl Strom da ist. Was ist da? Upsala. Sie haben nicht genug Platz. Dann mache ich erst hier... Hier zwei Stück rein. So, jetzt geht die Münzen weg. Jetzt kann ich die Steroide nehmen. Und die usen wir jetzt mal direkt. So, und jetzt Gesundheit bräu' ich auf jeden Fall. Reloading Speed wäre dann der Stabilizer. Okay, ist nichts drin. Da ist eine antike Münze. Und da ist ein schicker Revolver, so wie das aussieht. It's too late for them. Für sie ist es zu spät. Okay. Ist das jetzt alles, das, was ich schon so gesammelt habe? Ah, mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Es gibt also ein Serum, was diese vermaledeite Krankheit heilt. Was an sich schon mal nicht schlecht ist. Hier ist ein Kassettenrekorder. Da könnten wir uns noch mal alte Sachen, denke ich mal, angucken. Wir haben jetzt hier irgendwie so ein kleines Sammelsurium an Sachen. Die wir alle schon gesammelt haben und eventuell deswegen auch gebrauchen können. Hier ist ein Schirm, falls es mal regnet. Toilette. Hier ist ein Arkettenraucher gewesen, würde ich meinen. Diese defekte Pistole, was auch immer ich damit machen soll. Ich könnte natürlich einfach mal... Achso, die antike Münze kann ich ja auch einfach mal noch hier reinschmeißen. Da hinten am besten. Also, antike Münzen sollten wir auf jeden Fall dann suchen. Jetzt wissen wir wenigstens, wofür die sind. Well done. So. Was wir auch immer mit einer defekten Pistole wollen. Das ist vielleicht Teil irgendeines... Sie kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Okay, den Reparatursatz haben wir jetzt noch nicht. Deswegen würde ich glatt mal sagen, Psychotonikum. Kurzfristig die Sinne schärft. Wodurch sie Objekte einfacher aufspüren können. Dann haben wir den Skorpionsschlüssel, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir den jetzt noch brauchen. Weil wir ja nicht mehr... Messer. Die Pistole, die Shotgun, einmal Schießpulver und wir haben keine Chemikalie. Speichern wir natürlich mal wieder. Wir überschreiben mal den Hof. Und nehmen die Pistole in die Hand bitte. Und machen uns dann wieder auf den Weg. Really, Nigga. Hallo. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja. Stör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Dass sie nach mir suchen, war mir ja eigentlich klar. Aber... Solz! Ach nee, ist eine Kerze, ne? Das ist das alte Haus. Hundertprozentig. Und von da aus... Und von da aus... Dann mal rein. Pillen? Das war auch mal gut. Okay, wir brauchen anscheinend Karten. Ich würde schätzen, dass wir Karten brauchen. Um in das alte Haus zu kommen. Die Frage ist, wo finden wir das? Hey, ein Backe. Mal gucken. Erstmal wieder ein bisschen... Ne? So ein Schießpulver. Und hier hat sich was bewegt. Keine Ahnung, was wir jetzt dafür gebrauchen könnten. Ich möchte ja auch nicht mehr rein, wenn ich ehrlich bin. Was war das? Was? Okay, wir haben wieder nicht genug Platz. Ich versuche mal nochmal zu kombinieren. Nervengift. Granaten. Der Nix zum Kombinieren, das ist echt ätzend. Muss ich tatsächlich doch noch was ablegen. Damit wir den Dietrich mitnehmen können. Können wir bestimmt nochmal für irgendwas gebrauchen. Ähm. Ich packe jetzt erstmal den Skorpionsschlüssel einfach weg, weil ich nicht glaube, dass wir den jetzt noch brauchen im Moment. Ähm. Deswegen. Da ist die Tür. Ich würde mal interessieren, ob ich hier noch irgendwas finde. Ich bin ja einfach gerade nur auf die Tür zugelaufen. Hier kann ich nicht weiter. Kann ich auch nicht rein. Und hier. Holy Schneein. Aber wenn sie die Tür aufgemacht hat, die blöde Kuh, dann ist sie doch safe irgendwo hier. Ich will gar nicht hier rein. Hua! Was sind das denn für riesen Viecher? Greifen die mich an? Was sind das denn? Was ist das? 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 Oh mein Gott, ich hasse diese Viecher. Oh, ich habe jetzt schon viel... Wie, der hat sich so viel Munition verballert. Hier ist es von der anderen Seite. Oh Gott, ist das abartig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gar nichts für mich. Einfach nicht hingucken, Danny. Einfach nicht hingucken, Danny. Das ist gar nicht da. Das ist gar nicht da. Kann ich das eigentlich auch mit dem Messer töten, vielleicht? Ja. Ja. Bitte lass mich doch irgendwas... Oh, ich habe keine Chemikalie. Oh, das ist gar nichts für mich, ey. Okay. Okay, noch ein Dietrich. Oh, scheiße. Ich bin auch so blöd, ne? Okay. Ich bin auch so blöd, ne? Okay. 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 Ich bin auch so blöd, ne? In dem Wasser war was. Ja, ja, ja. Rennerdüse. Ich habe schon wieder nicht genug Platz. Das ist scheiße. Ich muss die aber irgendwie mitnehmen. Ich muss die mitnehmen. Das ist wirklich wichtig. Okay. Okay. Okay, ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass sie da steht. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt brauche ich nur noch Gas, oder... Kann ich da hin, ohne dass die mich angreifen? Okay. Okay, ich brauche so einen... Komischen... Ich brauche eine Kurbel. Weißt du, wenn mich die Alte dann in Ruhe lässt hier jetzt, ja? Und... No! Die greifen mich doch gleich an. Safe call. Ich mache ihn jetzt. Ich mache ihn jetzt. Nochmal Tür zu, nochmal auf. Gucken, ob sie dann weg sind. Guck mal hier durchs Fenster luschern. Scheiße. Was? Was? Sie rennen einfach durch, oder? Oh Gott! Oh Gott! Alter, ihr Scheißviecher! Okay. Ich habe eine Karte, das ist schon mal gut. Gut. Ah, okay. Oh, hier müssen wir eine Spinne machen. Oh Gott, das schüttelt mich alles, ey. Das wird jetzt richtig Horror für mich. Wirklich richtig Horror. Ist die Biachi irgendwo eigentlich, oder? Da ist die Chemikalie. Scheiße! Jetzt schmeiße ich das jetzt mal eben weg, weil ich noch fünf weitere habe. Also das mit dem Inventar, das killt mich hier wirklich jedes Mal. Ist wirklich hart. So. Wollte ich mich verarschen? Okay. Okay. Ich habe nie genug Platz. Wenn jemand von euch weiß, wie man sein Inventar erweitern kann, wäre ich ihm sehr verbunden, ja? Ist das ein Rucksack? Okay. Äh, das haben wir jetzt gerade mal eben selbstständig herausgefunden, aus Versehen. Ah. Das ist mal von meiner Haarpracht hier. Okay, ähm, tatsächlich braucht ihr mir jetzt nichts mehr in die Kommentare zu schreiben, ja? Ähm, ich würde gerne speichern, aber ich gucke mir das erst jetzt so ein bisschen... Ja, Entschuldigung. Gucken wir das aber erst noch so ein bisschen an. Ich mag sehr gerne solche Räume, ja. Weil man hier so viel entdecken kann. Da habe ich mich ja wieder selbst ausgetrickst, ja? Aber ohne Scheiß, ich weiß das nicht. Oh, guck mal. Oh. Okay. Okay. Ah. Jetzt wird gefackelt, Leute. Jetzt wird gefackelt, Leute.